Riesenandrang der Autofans 160 Welt- und Europa-Premieren. Alle großen Hersteller zeigen in Genf, was sie haben. Aber um die wahren Besonderheiten in Genf zu entdecken, muss man zu den Kleinen. Eines der faszinierendsten Autos habe ich auf dem Stand der kleinen Lichtensteiner Firma. Der Nano-Flow-Cell entdeckt. Die Quant-E-Sportlimousine. Was für eine Erscheinung. Über zwei Meter breit, 5,25 Meter lang, niedrig geduckt wie ein Sportwagen. Das Ding hat 920 PS, rennt 380 kmh und fährt elektrisch. Das heißt 0,0 Emissionen. Und das Coolste, man kann es mit der Fernbedienung am Smartphone öffnen. Darf ich vorstellen, hier ist der Schöpfer des Quant. Nunzio La Vecchia. Das ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Nein, das ist pure Realität. Und ich kann nur sagen, meine Vision ist Wirklichkeit geworden. Was steckt denn da alles drin? Wir sprechen hier vor der Quant-E-Sportlimousine. Ein volles Elektroauto. Das ist das erste Auto mit einer funktionierenden Nano-Flow-Cell, Flow-Batterie, fährt. Und das ist weltweit eine Neuheit. Der Innenraum leuchtet mir geradezu entgegen. Was haben wir denn da alles an Bord? Wir haben hier ein grosses Front-Display mit einem Infotainment-System, was auch über Smartphone handelbar ist. Wir haben kapazitive Schalter und speziell unsere Nano-Flow-Cell. Irgendwie stellt sich sofort dieser Will-haben-Reflex ein. Jeder fragt sich, wann ist dieses Auto zu kaufen? Für uns ist im Moment nicht der Verkauf im Vordergrund, sondern wir möchten weiter forschen, entwickeln bis zur Homologation. Vielen Dank, Nunzi Lavecchi. Ich muss sagen, ich würde gerne forschen mit diesem Fahrzeug. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie die Weltmedien hier den neuen Quant zu finden. You're looking at this car. What do you think about the new Quant E-Sportlimousine? I think it's very exciting. Und Sie schauen auch ganz genau hin. Wie finden Sie ihn? Ja, es wäre mal schön, damit zu fahren. Das würde einen reizen, ja. Also ich finde es toll. Ich finde den Quant großartig. Ich finde ihn schnittig und formschön. Und mir gefällt, dass da mit einer neuartigen Technologie im Auto gearbeitet wird, mit der Flusszellenbatterie. Ich wünsche dem ganzen Projekt viel Erfolg. Und dann haben wir sogar einen ehemaligen Formel-1-Fahrer hier entdeckt. We met den former F1-Driver hier, Jean-Alesi. What do you think about the car? Wie findest du das Auto? Well, the design is really beautiful. Obviously I heard about the new generation of the engines. It is something we have to be prepared. Especially people like me, old generation. Every year in Geneva, we have this new project and new cars. Die Quant e-Sportlimousine und Nano Flowcells sind auf jeden Fall einem Besuch wert. Hier auf dem Genfer Automobilsalon oder im Internet. Matt Damonets. So zag's der HeEO. Viere rankings.